und direkt sind wir voll in der action hier wieder und ich fange schon wieder direkt an zu brüllen am besten bam's headshot ja toll ich wüsste direkt hier auf dem friedhof überfallen noch von den gurken wo sind sie leute 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 schießt mal gezielt zack das wollen wir nicht aber wird ja nicht weil sonst wäre ja auch nicht noch in sao paulo mit dabei das ist ja hier schließlich eine rückblende da ist auch noch einer das wollte ich nicht das war die falsche taste safe i knew i shouldn't have gone there direkt erwischt hohohohohohohohohof ehhhhh Ich sag doch, er ist ein Riesenoptimist. Wow. Alter. Was schießen die denn da? Nein, falsche Seite. Hör, hab ich den erwischt? Wie das denn? Und der hat sich selber gesprengt, oder was? Es geht doch nichts über intelligente Gegner. Wo ist der? Zeig dich. Verdammte Axt. Wollen wir wieder Sprungkünststückchen machen? Piu. Hör, hab ich mir mal lange Zeit gelassen mit dem Ziel, du. Hör. Sound. Ach, super. War ja, voll intelligent die ganze Aktion hier mit der Treppe. Jetzt komm schon raus. So. Oh, der hat mich aber nochmal erwischt, ne? Ach, da wachsen die Blätter nur durch die Wand. Ich dachte schon, da wär wieder was Goldenes. Wow. Oh. Scheiße. Nicht so gut. Und da ist auch noch einer. Und da auch. Ach, die Pankeler sind auch schon wieder alle dahin. Das ist so unglaublich, wie schnell die immer weggehen bei mir. Aber ich spiele einfach so scheiße schlecht, da. Verliebt mir nicht den Spaß, muss ich zugeben. Das ist ein bisschen zurechtrücken hier. Das ist so. Ich hab's mit hoher Punkt. Ja, schau. Wir alle haben hoher Punkt. Schau. Du spielst die Pfalte. Sehr gut und richtig. All right? All right? Fair. Das ist alles. Ich sehe mich als ein fucking Socialist. Ich muss ein wunderschön. Ja. Wir werden es zusammen gemeinsam arbeiten. Okay? Schau. Denn ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Ich habe was gefragt, warum du siehst. Ja, egal, egal, egal. Be even, egal, egal. Egal, egal. Egal, egal. Egal, egal. Egal, egal. Zack. Bam, 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 bam. Boah, war das schlecht. Ich habe auch ein bisschen nicht aufgepasst, weil ich gerade auf meine Tonspur geguckt habe, muss ich zugeben. Es ist mir gerade mal aufgefallen, dass ich noch das Fenster auf habe. Vielleicht hört man da ein bisschen Blattrauschen oder so aus dem Wald, in dem ich ja schließlich lebe. Stop shooting at me. Boah, was mache ich denn hier? Was trennt der da überhaupt wieder so rein wie so ein Irrer? Boah, bin ich schlecht, ey. Ich kann auch gerade nicht zielen. Ist schon zu spät oder was? So, jetzt aber. Kinder. Macht euch keine Sorgen. Der ist hinüber. Jawohl. Meine Fresse. Ähm. Was mache ich denn da? Boah, schon wieder Riesenschießerei hier. Mann, ich will ein bisschen investigieren oder so. Was mache ich denn da? Das ist ein bisschen weniger. Der andere könnte auch hier sein. Woher du bist? Und da? Loser bei der Züge! Ich bin aber auch nicht. Ich bin aber auch nicht. Ich bin aber auch nicht. Eine der andere Seite. Bist du auf dich? Ich bin aber nicht. 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 da sind bestimmt noch mehr da wette ich aber drauf und maul halten dadurch gehen sollst du nase ja gib mir mal das gerät her so ist recht sind noch mehr von da so wie immer werden painkiller schön was selten dass welche kommen wenn man mal wirklich welche verlangt ich bin mit sicherheit auch an zigtausenden vorbei gerannt aber ja das sehe ich manchmal wenn ich mir die videos nachher angucken was hast du denn da wieder wo hast du denn da hingeguckt steht direkt vor der nase aber man sieht es nicht nein nix wirst du du kriegst erstmal selbst was ins Auge gesteckt der da war es ach von hinten oder was muss ich im kreis schießen ich krieg die krise da guck mal diesmal habe ich ihn woanders erwischt merkt das spiel na toll das wird doch wieder nix oder hey witziger das war der böse man witziger das war der böse man pass aus macht er trotzdem wieder woanders erwischt cool cool okay das sieht zwar geil aus immer aber es ist kacke alter wie soll ich das denn schaffen das geht ja mal gar nicht ja das dachte ich mir dass er dann einfach erschießt dann so relativ schnell aber ich muss nicht unbedingt darüber springen was weiter 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 ja schön dann war das alle tatsächlich wow ein puls von 360 circa dieses tor was ist das denn schon wieder und dann wird er auch noch wieder erschossen da hätte er ja ausweisen können klar fach daneben komm raus ja mach mal scheiße ich brauche dings mal wieder oh man wenn das mal gut geht ach super naja ist ja gut ja wie wohl das mindert das mindert jetzt nicht wirklich den spielspaß aber es ist immer seltsam das sieht so aus ähm ja jetzt habt eure chancen wieder vertan mich zu erschießen das klappt das klappt jetzt nämlich nicht mehr jetzt nicht mehr das mache ich euch gleich alle lang ich mache euch alle lang ich freue mich schon drauf oh oh erst mal ein gespräch mit dem boss mich würde ja nicht wundern wenn wir dem gleich auch noch eine kugel durch den kopf jagen so ein arschloch ja jetzt weiß man wo das sein sohn er hatte du arsch jetzt hole ich mir mein eigenes grab graben mal wieder ja 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 Dick. Sure, he had lived a bad life, but I of all people knew that living with this grief would be payment enough for any sins.